Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in der 2. Liga gibt es einige Teams, über die relativ viel geredet wird. Unter anderem den starken HSV, die überragende Mannschaft aus Magdeburg, ist Fortuna Düsseldorf einer der Aufschließkandidaten, Hansa Rostock und Hansa Sleitern auch mit einem starken Start und der FC Schalke 04 und Hertha BSC ist im Munde aller Medien, sage ich mal. Nun, da gibt es eine Mannschaft, über die redet irgendwie so gar niemand und das werden wir heute mal ändern. Und zwar ist das Holstein Kiel. Freunde, bevor wir jetzt direkt ins Video gehen, die letzten Videos waren geisteskrank von den Likes her. Wir waren so unfassbar. Ich habe, glaube ich, im letzten Video um 115 Likes oder so gefragt oder halt wäre mega nice, so als kleines Like-Challenge. Das letzte Video hat 894 Likes bekommen. Unfassbar, vielen Dank, das werden wir nicht toppen. Aber mit 120 Likes wäre ich mega froh, denn Holstein Kiel ist eine Mannschaft, die nicht jeder so auf dem Schirm hat, aber die auf jeden Fall im Gespräch von vielen Zweitligisten sein muss. Let's go! Holstein Kiel bekommt in den Medien eine Ignoranz mittlerweile, die ich so fast schon frech finde. Man gewinnt gegen Schalke 04 2 zu 0, spielt einer seiner besten Spiele gefühlt in 10 Jahren. Und es wird darüber geredet, wie schlecht Schalke 04 ist und nicht, wie gut eigentlich Holstein Kiel spielt. Denn Holstein Kiel ist im Moment Zweiter, hat aus den ersten fünf Spielen vier gewonnen, eins gegen Magdeburg verloren, steht mit zwölf Punkten aus fünf Spielen besser da als in den beiden Relegationsjahren 17, 18 und 20, 21 und schleicht sich langsam so an die Aufstiegsplätze ran. Und es ist bei weitem keine Eintagsfliege, wie viele meinen. Denn bereits in der Saison 22, 23, also in der letzten Saison, wurde man mit 46 Punkten Achter. Und ich bin echt ehrlich, ich hatte Kiel in der letzten Saison, wenn ihr mich gefragt habt, so gar nicht auf dem Schirm. Und das hat auch mit der Medienberichtung oder Medienlandschaft zu tun, dass Kiel da einfach nirgendwo auftaucht. Und letztes Jahr war man nie ansatzweise in einer Richtung Abstieg unterwegs. Ganz im Gegenteil, man war teilweise sogar nur vier Punkte hinter Platz drei. Das hat irgendwie so niemand mitbekommen und das darf man nicht vergessen, wenn man über die jetzige Kieler Mannschaft spricht. Man muss bedenken, Marcel Rapp hat am 04.10.21 ein extrem schwieriges Projekt von Ole Werner übernommen. Ole Werner stand zuvor mit den Kielern auf einem Relegationsplatz, ist aber dann in die Saison gestartet und das hat so gar nicht funktioniert. Kiel war zum Übernahmezeitpunkt von Marcel Rapp damals fünf Zentner, hatte nach neun Spielen acht Punkte und minus zehn Tore und war mitten im Abstiegskampf. Und Marcel Rapp hat es geschafft, am Ende der Saison, nach 34 Spieltagen mit 45 Punkten, top dazustehen. Letzte Saison, also eine Saison später, hat man dann 46 Punkte, also sogar noch einen mehr geholt. Und steht somit, wie ich bereits gesagt habe, besser da als in den Relegationsjahren 17, 18, 20, 21. Da hatte man aus fünf Spielen zehn Punkte. Und warum es Ganze nicht ganz unwahrscheinlich ist, dass Kiel wirklich oben angreifen kann, trotz neunbester Marktwert mit 18,95 Millionen in der Liga oben anzugreifen, werde ich euch nun jetzt erklären. Jetzt gibt es erstmal ein paar Stats, die vielleicht ein bisschen verwirrend für euch sind. Aber lasst euch jetzt einfach mal berieseln und hört euch das mal an. Passquote 83,0 Prozent. Das sind die Kieler auf Platz 11 der Liga. Ballbesitz ist man Zehnter mit 51,0 Prozent. Mit Zweikämpfer ist man auch Platz 10 mit 480 gewonnenen Zweikämpfer. Mit Flanken aus dem Spiel ist man nur Sechzehnter mit 42. Dribbling ist man Vierzehnter mit 5,6 erfolgreichen Dribblings pro 90 Minuten. Hört sich jetzt alles nach einer ziemlich durchschnittlichen Zweitligamannschaft an, die so um den Platz 10 mitspielt im ersten Moment. Aber man darf da jetzt eins nicht vergessen. Und zwar, was ist wirklich wichtig in dieser heißen zweiten Bundesliga? Jetzt hört euch folgende Statistiken an und ihr werdet genau wissen, was ich meine. Laufleistung ist man Fünfter mit 587 Kilometer. Sprint mit 1096 ist man Dritter. Intensive Läufe mit 3373 ist man Dritter. Bei Kopfballduellen ist man Erster mit 130 gewonnenen Kopfballduellen. Man hat erst ein Gegentor per Kopf bekommen. Absolut die Key. Man ist mit 57,2 Zweikämpfe pro 90 Minuten Dritter bei den gewonnenen Zweikämpfen. Man hat pro 90 Minuten 10 gewonnene Tacklings, ist man Fünfter. Man hat bereits fünfmal die Latte getroffen. Da ist man Erster, also Pech hat man auch noch. Man ist laut X-Point-Statistik Erster sogar der Liga. Und wie gesagt, nach fünf Spielen 12 Punkte und das war alles kein Fallobst. Paderborn, Schalke, Magdeburg hat man verloren durch zwei Fehler. Fürth, das waren alles gute Gegner. Und deswegen steht Kiel mit dem, wie sie spielen. Übrigens faul sind sie mit 71 Fouls, auch auf Platz 1 der Liga. Wie Kiel spielt, ist ein kämpferisches, wie kann man es am besten zusammenfassen? Sie ist eine kämpferische Drecksmannschaft. Und das meine ich im positivsten Sinne, wie es überhaupt nur geht. Und wenn man sich die Spiele von Kiel anschaut, dann hat man sehr viele 50-50-Spiele, die auf Kieler Seite gekippt sind. Und es ist aber so, dass man das in der Liga relativ häufig hat. Und dann werden so enge Spiele eben durch Moral, Wille, Kampfgeist und auch einer gewissen Eingespieltheit und einer Routiniertheit gewonnen. Und was natürlich ganz, ganz wichtig ist und was Kiel wirklich verstanden hat, man muss jedes Spiel ans absolute Limit gehen. Wenn man das nicht macht, verliert man diese 50-50-Spiele. Und das ist irgendwann, wenn man mehrere so 50-50-Spiele hat, kein Glück mehr, wenn man diese dauerhaft gewinnt. Glaubt mir das. Wenn wir jetzt ein bisschen auf das X-Value-Profil von Kiel gehen, dann sieht man folgendes. Und zwar, ich blende euch das Ganze hier mit ein, da könnt ihr ein bisschen mitgucken. Blau ist Holstein Kiel, Grau ist die zweite Bundesliga im Durchschnitt. Und ihr seht, Holstein Kiel ist in jedem Punkt einfach besser als die Liga. Hat nirgendwo, außer vielleicht bei Langebällen, einen leichten Ausreißer nach oben. Aber ansonsten sind sie überall besser als der Durchschnitt der Liga, aber nirgendwo besonders, wo du sagst, ja, das ist die Spielweise von Holstein Kiel. Und das ist relativ interessant. Lange Bälle, wenn wir gleich noch drauf eingehen, wenn wir in die Taktik reingehen. Das ist genau das, was Kiel ausmacht. Das ist eine absolute Allrounder-Mannschaft. Und wie gesagt, sie können alles relativ gut, sind nicht ausrechenbar, haben einen unfassbaren Kampfgeist, einen unfassbaren Wille und eine Laufbereitschaft, die seinesgleichen sucht. Und was ich jetzt hier nicht hinten runterfallen lassen will, ist bei allem Laufbereitschaft, Kampfgeist, Wille, alles was ich jetzt gesagt habe, möchte ich nicht hinten runterfallen lassen, dass Kiel durchaus auch eine feine Klinge nach vorne spielt. Und da kommen wir jetzt mal in das Taktische rein, wie Kiel ihre Spiele so angeht, wie sie ihre Tore so schießen. Und da möchte ich das Ganze einfach jetzt mal mit einem Satz beginnen. Das teuflische Dreieck von Holstein Kiel. Das teuflische Dreieck, so nenne ich es jetzt einfach mal, besteht aus Skripski, Makino, Nationalspieler in Japan übrigens, und Pichler. Skripski war letztes Jahr drittbester Torschütze, Makino, ich habe es schon gesagt, fünffacher Nationalspieler von Japan und Pichler. Das ist das tödliche Dreieck von Kiel vorne drin. Und was die ganz perfekt beherrschen, ist das schnelle Umschalten nach Ballgewinn. Oder einfach, es werden von hinten lange Bälle geschlagen. Einer von den drei lässt sich fallen, nimmt den Ball an und mit zwei, drei Pässen versucht man so schnell wie möglich nach vorne reinzuspielen. Genau so passiert beim 1 zu 0 gegen Schalke. Langer Ball von Schulz auf den sich fallen lassenden Pichler. Während Pichler sich fallen lässt, rückt Rote als Außenverteidiger Vollgas nach vorne. Pichler lässt den Ball einfach nur auf Skripski prallen. Der spielt den Ball wieder schnell nach Rote. Rote trifft dann im Pfosten und Pichler stoppt ab zum 1 zu 0. Und so sind viele Tore von Kiel entstanden, genau nach dem gleichen Muster. Von Schulz bis zum Tor sind es nur drei Pässe. Das geht ruckzuck. Das 2 zu 0, wo dann abseits war, kommt ein langer Ball vom Torwart, auf den es sich fallen lassenden Pichler. Wieder mal Skripski, Machino, drei Pässe, Abschluss, Teufelsdreieck, 2 zu 0. Und das zählt halt nicht, weil es halt abseits ist. Aber auch bei der roten Karte von Schallenberg, genauso wieder übers teuflische Dreieck. Zack, 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 nach vorne und sofort den Abschluss. Und was man halt wirklich sagen muss, gerade, entweder kommt dann ein hoher Ball auf den fallen lassenden Stürmer, die anderen rücken mit Vollgas nach vorne nach. Was man dann aber sagen muss, auch zusätzlich, wenn Kiel mal nicht im Ball ist, dann haben die eine Art Pressing zu spielen, die richtig unangenehm ist für den Gegner. Wenn wir uns das Spiel zum Beispiel gegen Paderborn anschauen. Es gibt mindestens 70 Minuten, ich habe mir da wirklich viel nochmal angeschaut von dem Spiel gegen Paderborn. 70 Minuten ist Kiel voll Gas angelaufen, investiert unfassbar viel im Spiel gegen den Ball auch. Und sobald sie diesen Ball dann gewinnen, da muss man natürlich im Kopf eine Frische haben und eine Schnelligkeit haben, die wirklich seinesgleichen sucht. Denn wenn man so spielt und so lange so hoch anpresst, muss man läuferisch topsetzen. Das habe ich vorher schon angesprochen. Das ist die Mannschaft auf jeden Fall. Und man hat nicht nur das teuflische Dreieck vorne drin, sondern man hat mit Sander, der Kapitän ist und sich zu 100% mit dem Team identifiziert, noch Porat, man hat noch auf der Bank einen Simakala, einen Arp, einen Holpi, einen Becker, die auch Erfahrung mit reinbringen, wenn es mal nicht so schnell so laufen sollte, wie sich Kiel das vorstellt. Ja, kommen wir zu einem kleinen Fazit. Wie geht es weiter mit Holstein Kiel? Holstein Kiel, ich habe es schon gesagt, hat viele 50-50 Spiele. Die werden die 50-50 Spiele nicht immer gewinnen, auch wenn sie unfassbar viel investieren. Man hat es gesehen, es werden Fehler entstehen wie gegen Magdeburg, wo sie durch zwei Fehler relativ früh in den Rückstand geraten mit 2 zu 0. Und solche Spiele werden sie auch verlieren. Ist ganz klar, brauchen wir nicht diskutieren. Aber wenn man so weiterspielt und jedes Spiel so ans Limit geht und vielleicht, was ich noch gar nicht erwähnt habe, denn Holstein Kiel ist 12. in der Abschlusseffizienz, wenn sie das noch ein bisschen verbessern könnten, dann würde es auf jeden Fall ziemlich hoch am Ende der Saison gehen können. Und ab und zu hat Kiel den Bruch ein kleines Problem und zwar ist das die Zielstrebigkeit am 16. Da muss man einfach manchmal noch ein bisschen zielstrebiger werden und ein bisschen einfach kälter vor der Kiste werden. Die haben viele Chancen auch vergeben, wie ich bereits gesagt habe. Und dann könnte es halt wirklich mit dem dritten Relegationsversuch im sechsten Jahr was werden. Und ja, warum nicht? Was denkt ihr? Holstein Kiel, Relegationsplatz, Aufstiegsplatz möglich. Ich denke, mit dem gewissen Spielglück und vielleicht keinem Verletzungspech ist da auf jeden Fall nach oben einiges drin für die Kieler. Danke fürs Schauen und viel Spaß mit den nächsten Videos.